Deutsche Memes, die Google gereimt hat. Let's go, der Hase. So, und zwar lassen wir jetzt aus Prinzip einfach mal schon ein Like dabei. Youlook.exe ist ein Ehremann, abgesehen davon, dass er nicht gut den Sound mischen kann. Und generell, ich habe das bei so vielen gesehen, ich habe mich schon so oft aufgeregt. Ich habe mich schon so oft aufgeregt bei Leuten, die halt so Zusammenschnitte machen, aber den Sound nicht richtig mischen, wo ein Clip minus 50 Dezibel laut ist und der andere plus 100 Dezibel. Das geht mir so auf den Sack, aber gut, kann man halt nicht anders machen. Let's go, weiter geht's. Deutsche Memes, die Google gereimt hat. Deutsche Memes, Youlook.exe. Let's go. Let's go. Rosen sind rot, bevor ich komme. So ein Tiger wiegt doch locker eine... Alter, warum ist das jetzt wieder so leise? Rosen sind rot, bevor ich komme. Ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. Rosen sind rot, bevor ich komme. So ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. Ey, so komisch, meine Nachbarn. Hey, 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 Bruder, ist gefallen? Ey, du und deine Frau, ihr wart gestern Abend zu laut. Da dachte ich mir, hä, ich war doch gestern gar nicht zu Hause. Ähm... Ich muss mir erst was hätten. Okay, das, ja. Gefallener Bruder heute. Gut, ich nach meinem ersten Arbeitstag. So. Aufs Züller. Ho, ho. Oh, das kenne ich. Freunde, kennt ihr das auch? Ich kenne das so. Ich fühle den Pain. Ich fühle den Pain. Wenn du Honig im Kopf hast. Hinten am Kopf, Leute. Chillt da. Rosen sind rot, mein Vater heißt Klaus. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Das ist so geil. Yo, Digga, was geht ab? Ich habe mal eine Frage an dich. Wie heißt denn das Lied? Was suchen? Daisy, add another. Take me another. See me another. Hey, hey, hey. Daisy, little dollars. Don't you see that? Ich kenne das Lied so gut. Ich hatte keine Ahnung, was er mir da vorgesungen hat. Yo, Digga, was geht ab? Ich habe mal eine Frage an dich. Wie heißt denn das Lied? Was suchen? Daisy, add another. Take me another. See me another. Wir haben in Englisch noch russgestellt. Hey, hey, hey. Wenn deine Freundin sagt, dass sie mit ihren Freundinnen unterwegs ist, ihre Freundinnen aber mit dir ist. Ich fange das neue Album von dem so krass. Also ich habe da die Besten, die da in meine Playlist rausgepickt und im Allgemeinpaket feiere ich das Album so krass. Ich feiere diesen Drill-Style, ich feiere Seilen-Style, ich feiere den Sound und probier. Oh nein, Bibi. Siehst du wieder dein Emote, Oma? Das habe ich auf TikTok gesehen. Wann ist denn das, was Monta einfach seine Oma geholt hat und wer ist der Kleine? Siehst du wieder dein Emote, Oma? Alles beim Deinen Emote. Ah, die hat sogar einen Emote bei dem. Warum gibt es noch keinen Emote von mir? Weil du irrelevant bist. Und gehopft. Ja? In der Schule. Und kein Juckz, oder was? Ich finde, wir müssen uns irgendwie ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, Dings, haha, bist du Jungfrau? Ich finde, wir müssen uns irgendwie ein bisschen besser kennenlernen. Lass uns Fragen stellen, okay? Ja, okay, alles klar. Was ist zum Beispiel dein Lieblingsessen? Ach, schwierig. Pizza. Ja, Pizza. Pizza würde ich sagen. Ja, Pizza ist nice. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt bist du dran. Ehrenbruder Tommi. Nee, kenne ich nicht. Ich bin dafür, glaube ich, zu selten in... Also, ich bin eigentlich nie in seinen Streams, aber ich sehe halt immer ein paar Highlights, ein paar Highlight-Videos auf YouTube und ja. Ja, Pizza. Pizza würde ich sagen. Ja, Pizza ist nice. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt bist du dran. Mh, bist du dran? Dicke Schwein, ey. Oh. Hosen sind rot. Mein Servus, mein. Ich dreh durch. Amina Koi. Mein Servus, mein. Also, ein Schild fest. Oh, die Lautstärke. Oh mein Gott, Rosins Restaurants. Habt ihr das früher auch geguckt? Oder bin ich jetzt der Einzige, der so komisch ist? Oh mein Gott. Nicht, wenn meine Freunde sagen, dass sie heute nicht trinken möchten. So, ein Schild fest. Wir brauchen den hier. Notfallplan. Ganz dringend. Der Rosin ist so ein Ehre, Mann. Guckt nicht hier auf YouTube irgendwelche Videos drum. Was soll meine Lehrer an den letzten Tagen von den Ferien sagen? Guckt nicht hier auf YouTube irgendwelche Videos drum. Legt mal das Handy auch zur Seite oder nehmt es halt auch mit. Geht mal raus. Tut was für eure Bildung. Also Leute, Handy weg und rausgehen. Das wird nie befolgt. Rosen sind rot, ich zahle mit Papier. Und Leute, Trimax hier. Hier ist Montana Black. Diese Reimdinge, ey. Ah, das ist von diesem White Putin Walk, ne? Easy Cookie, danke für den Follow auf Twitch. Vielen lieben Dank. Das ist von diesem White Putin Walk, ne? Ich kenne das so ein bisschen. Ich verstehe nicht, warum ich immer noch Single bin. Auch sein Profil auf Tinder. Ich bin 20 Jahre alt, am liebsten höre ich Klassik, bin da aber nicht so festgelegt. Rosen sind rot, was ist das für ein Keck? Big Mac war nicht weg. Nö. Wenn mein Klassenkamera hat mich fragt, ob ich schon gelernt habe. Nö. Immer. Immer letzter Tag und letzte zwei Tage. Ey Jungs, sollen wir rausgehen? Davor. Hat ihr Bock? Was haben wir ignoriert? Oh, hat sich ja. Ey Jungs, sollen wir rausgehen? Hat ihr Bock? Hat ihr Bock? Alter! Junge, ihr guckt doch aufs Handy, antwortet mir einfach. Ihr guckt doch drauf. Alter! Es gibt da einen in meinem Freundeskreis. Ich will keinen Namen nennen. Es gibt da einen in meinem Freundeskreis. Ich will wirklich keinen Namen nennen. Ich schreibe den so. Bro. Hast du Bock? Morgen treffen. Übermorgen treffen. Dort, dort. Ein bisschen schön. Ballert, der liest sich das durch. Geht offline. Und ich denke mir so. Ballert, gib doch eine Antwort. Sag doch nein, wenn du nicht willst. Sag einfach nein. Es ist schwierig, diese vier Buchstaben zu schreiben. Ist das schwierig? Sag nein. Dafür habe ich eine Antwort. Das ist besser, als gar keine Antwort zu kriegen. Wenn man in eine Zitrone beißt. Skuh, skuh, skuh. Wir haben einen Tag. 361 ohne Aufsicht. Wir haben einen Tag. Wir haben einen Tag. Wir haben einen Tag. Wo ist es? Genau. Sind rot. Womit sieht man Geister? Jäger-Meister! Oh mein Gott. Das war wieder mal Legende. Ey. Jolo.exe. Kurs. Oh, ich schaue den so gerne. Der macht das so gut. Oh mein Gott. Freunde, ich weiß jetzt nicht, wie ich das gemacht habe mit dem Dings. Und zwar, ob das jetzt zwei Videos wurden oder ein Video. Ich habe keine Ahnung, wer wir dann sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen dieses Videos. Ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Kommentiert, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, checkt meine Social Medias in der Beschreibung ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein und auf. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.